Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Special-Sondervideo zum 1. April, weil ich wollte einen super April-Shats machen. Ne, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur meinen neuen Camcorder jetzt vorstellen, der jetzt hier gerade läuft. Das Tolle ist, ich kann mich selber sehen, wenn ich also nicht hier hingucke, sondern da hingucke, dann gucke ich mich selber an. Und das Tolle ist, er läuft direkt in der Steckdose, das heißt der Akku kann auch nicht leer gehen, außer hier ist Stromausfall. Und daneben ist halt ein Display, wo ich sehen kann, ob ich im Bild bin oder nicht. Ich probiere es jetzt gerade mal mit offenen Rollläden, wie ihr seht. Ich versuche es mit der Gegenlichtkompensation, indem ich einigermaßen vor dem Fenster setze. Ich kann jetzt mal ein Stück hier wegrutschen, dann wird es schon gleich schlechter. Aber wenn ich wieder hinrutsche, geht es einigermaßen. Ich glaube, im Spiel muss ich trotzdem alles dunkel machen, weil sonst, ja, rutsche ich aus Versehen weg und dann ist es vorbei, nicht wahr? Ja, das war nur ein kleiner Test für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, wir können in den nächsten Videos, in den nächsten Rechtschreibfehlern und den Facecam-Videos, die da alle so kommen werden, auf diese schnieke Kamera zurückgreifen. Ich freue mich drauf und es gibt keine April-Scherze auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut. Tschüsschen!